... wieder hierher zu kommen, aber dann nicht mit dem Auto, sondern mit der Golf-Fock in die Förde gesegelt. Wäre doch gut, würde ich. Und ich halte einfach mal das hin und jetzt versuchen wir mal gemeinsam diese Worte zu sprechen. Auf los geht's los. Los! Hiermit erklären wir die Flensburg Nautix 2012 für der Öffne! So, dann haben Sie viel Spaß, meine Damen und Herren. Alle haben Ausgang bis zum Wecken und Wecken ist erst wieder Montagfrüh, also jetzt 72 Stunden Party-Marathon. Viel Spaß bei der Flensburg Nautix. Ich sah sie gehen dort am Strand, Magwell, vor Airo Süd. Weriz und Wecken, wie wir beim GALLEN sind, aber ich grupo prohibiert neuen descendagen Fremdsort. Zurück auf der Zwischenzeit, ein Future. Wir sind nicht mehr so als可以. Es sch sitzt so, ich mag es nicht. Es ist toll, wie wir es einmal sonderes às hundert Prozent, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.